noch hier ein ding was kann ich von hier oben regeln nein 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 habe ich jetzt fast kaputt gemacht ja ich habe alles kaputt gemacht dafür bin ich jetzt auf dem rohr drauf ich bin einfach mal auf dem rohr so ich glaube ich brauche ich das da da du bist da ich war gerade auf dem rohr da oben drauf da da hatte ich wieder gebraucht weil ich vergessen hatte wie man das komplett macht und weil ich da eine fläche fläche übersehen habe ich hatte das muss jetzt hier alles voll gemacht werden folge tschüss dank der lüftung wird hier alles schön verteilt muss ich schauen dass ich da hochkomme zunächst mal besten gleich hier eh lol ich hab das portal da runtergebracht komm hier muss ein portal hin nein ach hier kann auch eins hin brauche ich das da oben nochmal ne freu nicht wie hä wie soll ich den würfeln doch dort erst mal hier in die beste position gebracht und dann da rüber gejumpt da rüber gejumpt da rüber gejumpt das ist falsch Neue Mission Refuse Fade Fade Bege Läu der 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 hier er Läu der der man es ist Paradox Paradox die Klinik klassische Musik ich hoffe ich hab dich nicht gestört Klinik Wenn man die Seiten umblättert, damit habe ich mich gerade beschäftigt. Hey lol. Ach, ich bin da schon drauf. Ich habe es gar nicht gemerkt. Und schon wieder falsche Seite des Portals gesetzt. Aber wenigstens bin ich jetzt auch wieder oben. Mein Handy zeigt gerade an, dass die Batterie da ist. Nein, es ist schon die ganze Zeit am Lagen. Weißt du, als ich den Stream gestartet habe, war ja vor einer Stunde oder zwei Stunden. 23 Uhr war es ja, oder? 1.02 Uhr haben wir jetzt. Ja, und wir haben ja 23 Uhr gestartet, ne? Circa. Da hatte mein Handy noch 20%. Jetzt hat sie noch 10%. Weil der Stream läuft ja noch nebenbei. Mit viel Glück hält das noch durch. Ach, jetzt kommen die Behindertenwürfel. Ja. Geil, oh. Ich finde das das Beste an dem Spiel. Und Ridley Laboratories, ne? Und jetzt kommt ein Blue Screen. Yay. Hast du schon wieder ein Blue Screen? Was? Ich will nur etwas zu sein. Ich will nur etwas zu sein. Schon wieder? Hä? Du hattest doch schon mal einen, oder? Nein, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Aber du meinst den Blue Screen in-game, oder? Äh, ja in-game. Ne, außerhalb, weißt du. Ja, sonst würde ich nicht immer mit dir reden. Bei Windows 10 ist ja der Blue Screen, ähm, dass Fehlerinformationen gesammelt werden müssen, ne? Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen, göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Hm. Oh, langsam. Äh. Turbets. Okay, gut. Bleib schon mal drauf stehen. Es war ja so schwer. Tja. Na ja, der erste Test von Wheatley. Ja toll, jetzt muss ich den nochmal machen. Super toll. Super toll. Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die... Ne, weil demnächst ein neues Einschild. Nein, nein, das war die Lösung. Dem Wheatley. Ich verpasse alles. Operator Error. Operator Error. Mhm. 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 m ich zeichne was muss man hier noch mal machen? Würfel dahin bewegen, ne? ja lass mal überlegen, da oben ist einer ja warte, wie krieg ich die Würfel dahin? ach so ja, das ist ja easy nur alleine in die falsche richtung hier ich geh wieder nach hoch der ist da lang, aber das muss da hoch das heißt, ich muss da hoch und das erreicht man durch den und mein, mein ähm, fünftes Bier ist leer mhm traurig, traurig jetzt muss ich den Wodka ran holen und bin zu verhalten drauf stehen wie komm ich jetzt nochmal da hoch ach so ich soll nicht durchstehen ich treff gar nicht mehr richtig ich treff einfach nix ich treff einfach nix war das jetzt richtig? das war sowas von daneben na endlich recht lustig, pass auf ihn zu spielen warte, warte, warte warte, warte wie komm ich jetzt da hin? na natürlich in den rein springen nein sag mir nicht nein nein boah das war so knapp hier jetzt komm in den ach das war das das war das du bist an der Stelle schau mal, schau mal wie ich jetzt durchs Portal geh ne das war so so behindert gesetzt das Portal hm komm 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 bisschen höher und dann jetzt da rein springen boah das war so genau gesetzt 1a 1a komm und dann jetzt in den rein komm komm ja und dann jetzt in den rein und dann jetzt in den rein wo ist der Würfel? der Würfel, komm zu Papa, komm zu Papa komm zu Papa komm 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 ja komm 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 raus Du hast es gerade gelöst, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen bevor du... Warum machst du mir das Leben so schwer? Und ich sagte schon, dass er für viele Entscheidungen konzipiert wurde. Und ich glaube, er hat beschlossen. Keine der Funktionen zufrieden der Anlage vor einer Explosion aufregend sein. Gerade nochmal richtig gesetzt. Warte mal. Gerade nochmal den Würfel richtig gesetzt. Letzten Augenblick. Hey, aber warte mal. Wie bringe ich den jetzt da rüber? Ach, jetzt stimmt. Komm, schmeiß ihn da rein. Ach. Ne. Da kann ich ihn auch nicht hin tun. Erstmal muss ich da hin. Wie komm ich da hin? Wie komm ich da hin?